Musik Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm im schweizerischen Lausanne verlassen. Der Minister ist wie geplant am frühesten summeln. Von Stefan Beutelsbacher Alexander Blott Lavrov verlässt Atombespräche in Lausanne. Der russische Außenminister Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017